Bremer Förde, Alexander von Buchholz und Kollege Jonas kontrollieren einen Autofahrer, der schon öfter aufgefallen ist. Ich komm grad so, komm ich über Wasser, ich geh arbeiten, alles, rauch am Wochenende mal ein, Alter. Warum zerstört ihr die Leben von kleinen Kiffer, Alter? Also wenn Sie nur am Wochenende ein geraucht haben, dann könnten Sie jetzt pinkeln, dann wird man sehen, dass es negativ ist. Nein, Alter, das ist ja immer noch in meinem Blut, Alter. In Ihrem Blut, da geht's noch im Urintest. Alter, der wird doch anschlagen, Alter. Das wissen Sie doch jetzt, die Wortmacht. Natürlich weiß ich das, ich hab am Wochenende einen geraucht, natürlich strickt er jetzt noch an, Alter, man. Wollt ihr mich verarschen, oder was? So, wisst ihr, kleine Kiffer, Alter, das Leben so richtig, die so richtig noch das Leben zerstört, ich weiß gar nicht, wie ich das handelte. Das ist die Ursache, die Ursache setzen Sie dafür, ne, Herr ***. Es ist lächerlich, ich rauch mal einen am Wochenende, Alter. Ja, das ist verboten in Deutschland, verstehen Sie es ehrlich. Ey, Deutschland ist so ein Hurel, wir sind besetzt, wir lassen uns von den Angis so dermaßen ficken, Alter. Herr ***, wir würden jetzt, da Sie ja keinen Urintest machen wollen, dann sammeln Sie bitte Ihre Wertgegenstände aus dem Auto. Sie müssten dann mit uns jetzt ins Krankenhaus kommen, zu einer Blutprobe. Ihr seid lächerlich, kommt euch nicht ernsthaft lächerlich vor, Alter? Nein, Mann, nein, wir diskutieren nicht, Alter. Wir haben Fehler aus, wie vor ein paar Jahren. Wir diskutieren jetzt auch nicht. Sie kommen jetzt aus dem Auto raus. Sie kennen das Krankenhaus. Ist das jetzt ein Jahr oder nein? Das ist mir scheißegal, Alter. Also, ich würde ja... Ich nehme euch gar nicht ernst, Alter. Scheiß kleine Straffekulichisten, Alter, ja? Das müssen Sie kompensieren, indem eine kleine Kiffer... So, das Ganze stellt auch noch eine Beleidigung dar, was ebenfalls strafbar ist. Sie könnten schon mal aussteigen, dann geht das Ganze auch ein bisschen schneller, auch für Sie. Ich habe nichts mehr zu tun heute, heute ist dann 8 Uhr. Okay. Er hat verriegelt. So, machen Sie jetzt wieder die Tür auf. Jo, vielen Dank. Sollen wir mal Verstärkung ranholen? Sollte ich mal in die Richtung bewegen. 31.01 von 71. Wir bräuchten ja mal Verstärkung. Proband hat sich jetzt im Pkw verschanzt und abgeschlossen. Scheint nicht auf uns zu reagieren. Er hat sich hier mehr oder weniger im Pkw verschanzt und ist nicht gewillt, den Pkw zu verlassen. Er hat schon eingeräumt, am Wochenende mal wieder gekifft zu haben. Gepinkelt hat er noch nicht. Ja, alles klar. Ja. 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 Der Herr, der da drin sitzt, ist bekennender Reichsbürger und gibt auch seinen regelmäßigen Drogenkonsum zu. Er fährt trotzdem immer wieder Auto. Die Sache hat sich jetzt einmal eingeschlossen, wir warten ihn noch auf Verstärkung, da er auch teilweise sehr aggressiv sein kann. So, dass es immer auf jeden Fall angenehmer ist, dann noch zu viert zu sein. Herr ***, machen Sie auf! Sie machen dadurch Ihre Situation nicht besser. Machen Sie auf! Fahrt ihr euer Auto davor? Das können wir machen. Jetzt sprechen wir mit der Staatsanwaltschaft zwecks Sicherstellung des Fahrzeugs und den ganzen weiteren Maßnahmen. Und sobald das auch einmal alles abgeklärt ist, wird ihm nochmal auch gezeigt, dass wir sonst gewaltsam das Fahrzeug öffnen. Und wenn das dann nicht öffnet, dann würden wir gewaltsam ins Fahrzeug gehen. Es ist nicht das, was wir wollen, aber er hat auch zugegeben, dass er auch jetzt wieder konsumiert hat. Er ist damit gefahren. Wir haben auch, wie gesagt, hier Straftaten, Ordnungswidrigheiten im Raum stehen und da müssen wir auch entsprechend handeln. Und im Endeffekt, er bestellt das weitere Programm, wie es hier vorgeht. Die Polizisten warten weitere 15 Minuten ab. So, Herr ***. Einfach so necherlich, Leute, Alter. So, kommen Sie mal her. Was? Kommen Sie von der Straße. Einfach so necherlich, Alter. So. Ja, das fliegt nicht an, Alter. Und wenn ich jetzt meinen Job bei mir, ich sag euch das, ich lauf am Abend in der Polizeithema für euch. Da wahn ich euch schon mal vor. Und ich werde erst stoppen, wenn ihr mich erschiebt.